wenn ihr den absolut mächtigsten akupressurpunkt in euren körper kennenlernen wollt mit dem ihr sowohl physische als auch psychische verspannung lösen können dann schaut euch das video auf jeden fall bis zum ende an zu beginn einmal möchte ich euch direkt den punkt einmal zeigen und zwar legt ihr finger dabei einmal so zusammen und wenn ihr jetzt euren zweiten finger euren zeigefinger hinunter geht dann stellt ihr irgendwann fest dass die grube hier besonders dick ist und genau da bleibt ihr mit euren finger stehen und da ist das ziel letztendlich einmal sowohl klopfen zu arbeiten als auch mit zirkulierenden bewegung was sie als erstes machen können ist dass sie hier gegen euren zweiten finger quasi 20 bis 30 sekunden gegen klopft ungefähr so ihr könnt es auch mit euren daumen machen das macht ihr circa 20 bis 30 sekunden wenn ihr das gemacht habt dann geht es weiter und ihr macht zirkulierende bewegung genau wieder gegen euren zweiten finger und das wird euch extrem dabei helfen kopfschmerzen zu lösen stress zu lösen aber auch bei eurer verdauung wird es euch helfen und ihr aktiviert auch gleichzeitig damit das zentrale nervensystem und euren meridiane werden auch aktiviert und es hilft euch auch dabei zu entspannen euer immunsystem stärkt sich es hilft euch gegen erkältung und dieser punkt bewirkt wirklich absolute wunder und wenn ihr das jetzt schon die ganze zeit mit macht dann werdet ihr wahrscheinlich schon ein unterschied direkt verspüren und schreibt es auf jeden fall gerne in die kommentare rein was ihr dabei spürt und ihr haltet diesen punkt circa 30 bis 60 sekunden und danach versucht ihr in euren körper hinein zu fühlen ob sich etwas verändert hat oder nicht schreibt mir gerne einen kommentar ich freue mich sehr über euer feedback und hier links und rechts block mir jetzt noch zwei weitere videos auf ich hoffe wir sehen uns im nächsten video wieder bis dahin ciao